ja schalalala und herzlich willkommen gehöre dich richtig leise eeeh du an der neuen Folge Minecraft Bay Wars mit dem BytePlays und meinem Mitpartner auf meinem Kanal Selbstmord richtig geil runtergeschlagen das ist mein Hintrum bestes Hintrum höre ich fast gar nicht ey jetzt mal ganz im Ernst ja was zur Hölle was ist das so ne Bedworth Map ich find die voll hässlich das ist zwar Schleim ich muss das mal hier weg machen wer zur Hölle hat das so gebaut noch gar nicht gebaut ey die Map ist so richtig hässlich sie ist Schleim ja aber guck dir mal die bestimmt nicht sind das sind Schleim ja man kann sie aber auch größer machen ja da nee das ist Pixel für Pixel das ist Pixel Art Pixel Art NEIN ich bin schon wieder drunter dumm oder so ich bin zweier drunter als Selbstmord gestorben einfach du bist schlau ich bin ein Team allen Team wurden schon ausgerottet wat gegnerisches Bett zerstört zerstört eliminiert ausrotten was denn Team Gelb was ist mit euch los heute ja sagt denen der Sitz wie besser ist das ist richtig leise ich versteh nicht warum NEIN wehen verstehst du voll gar nicht nein los warte vielleicht bist du hoch drunter mach ich bin schon wieder gestorben wie schlecht bist du was meine Schifftaste funktioniert irgendwie nicht und du rennst die ganze Zeit an den Rand und hoffst dass die Schifftaste funktioniert oder wie ich bin schon wieder 3 Male zueinander ich hab ein Goldschwert ich würde dir gerne jetzt die Kehle aufschlitzen aufpassen sonst verliere ich das Goldschwert hier hast du auch eins ich hab ja ein Zahnschloss bekommen ne für mein Fahrrad weil ich immer den Schlüssel verliere hä was ist das der jetzt in der Schreisse Leute seht ihr das ja das Glas kann man jetzt kaputt machen Lass es du hab die nicht gepatcht wir haben schon post das Glas ab warum nicht weil das dumme ist jetzt wussten wie das ausfüllen ey wer ist denn ey man müsste Lava kaufen können dann könnten wir so ein Lavasee um das Bett machen ja aber das wäre schon wieder ok ne weil dann könnte man sich einfach drüber bauen man kann die Witter einfach kaputt machen oh da ist jemand an der Tür und das schenkt jetzt gar nicht jemand zu Hause bin gleich wieder da ok guck mal was kommt hier zu Hause wer denn sein Neighbor das muss nicht sein Nachbar sein doch hör uns kommen nur die Nachbarn wenn ich rumschreie guck mal doch ein Video guck mal doch ein Video weiß er weiß es gar nicht shit mann alter shit geh abo was ne scheiße wohnt denn Bayern ne äh doch doch wunderschön brauche Blöcke dann kann ich mich weiter rüber bauen ah ne ich baue hier das das mal oh mein Gott wer ist sag mir jetzt nicht beides tot was baust du da bitte so können wir gar nicht mehr aufs Bett achten ich hab gar nicht gebaut ich hab das mal wieder ab ich hab das überlebt ey einer muss mal die Mitte wieder den Weg zur Mitte abbauen weil sonst können die so schnell alle zu uns kommen ich versuche grad äh Materialien für den Bogen zu farmen und nein dieses mal werde ich nicht meine Seele gegen den Bogen eintauschen ja die hab ich ja schon ja ich hab zwei Seelen welcher Mensch hat zwei Seelen was bist du denn ich bin ein Dämon warum bist du ein Dämon ein Baum das heißt Dämon Dämon daneben ich will nicht mehr Schiff irgendwas mit Schiff machen dumm oder so sneak mal oh er sneakt er hat gesagt er will nix mehr mit Schiff machen ich hab's aber gelernt vielleicht lass mal Lass mal in Bad Wars irgendwas spielen man macht jetzt hier so ein großes Feld so ein Spielfeld nein das ist scheiße und das nochmal wir bauen jetzt erstmal unser Bett frei damit die Gegner leichteres Spiel haben die wollen schon nett sein Gute Idee dumm 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 oh ich hab keinen Blöcke da 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 geh mal einen Schritt nach hinten wow spielst du jetzt etwas Split oder wat ja Split du Arme bitte ein leichteres Spiel für unsere Gegner ich mein wow ich leg mich gerne ins Bett baby wow fuck ich bin noch im Trading Dings da nein wir stehen und getroffen Alter die Leute schießen uns ab nein scheiß Villager wir spielen hier Spleave nein lass mal lass mal lass mal lass mal ey lass uns mal nächste Runde spielen ja nächste Runde Spleave wir spielen einfach Spleave in Bad Wars und dann denken sie Alter was für Vollidioten warte mal man kann doch die Filme wieder auf dieser Map hier die ist voll gut dazu stimmt kann man den Villager wegschieben? ne ich dachte wir könnten den sonst runterhauen ey was unser teammate wohl denken muss der denkt sich so Alter was für Vollidioten ja wetten der denkt sich das grad ja 100 Euro 100 Euro minus warte ey niemand ist zur Zeit in der Mitte ich solch mal Mitte wir sind dumm das ist ja einfach aber deine Zuschauer was ist mit denen sind die dumm? oder intelligent? das ist die Frage willkommen zu einer neuen Frage zu einer neuen Frage Walbaum wund dein Walbaum ne ich mag das ey soll ich dir mal wer hat den Weg zur Mitte abgebaut was für ein Arschloch bist du doch Blöcke ich sterbe ich hab nix abgebaut ich lass alles aus meinem Mittag ich hatte 4000 Punkte du Idiot ja genau nein ich hatte 800 Mal nur nein Spaß ich hatte irgendwie irgendwas 100 will ich euch trollern ich ich bau die Base toi du Spaß Conny ich bau die Base du kannst nicht den Block unter mir abbauen doch hätte ich vielleicht sogar geschafft komm lass mal Conny so abschotten von uns ok ich hab doch überhaupt nichts gemacht ja glaub ich dir nicht nein ich hab doch überhaupt nichts gemacht ich hab ja was machst du ich hab ja was machst du gar nix nein überhaupt nein nein warte alle brauchen die beste Spitzhack sonst ist kein richtiges Blief habe ich schon ja und schwer guck hey du hast grad gesagt und wer stirbt ist raus und wir müssen jetzt aber erstmal eine größere Fläche bauen ich hole mir jetzt die beste Spitzhack warte wir bauen jetzt erstmal eine große Fläche ok wir spielen jetzt Blief schreibt das mal den All Chat hab ich doch hast du? warnung wir spielen jetzt Blief so Achtung wer jetzt da ist der sollte sich jetzt eindeutig der sollte jetzt eindeutig verschwinden guck mal du kannst jetzt irgendein ich baue jetzt mal hier so weil guck mal die bauen ja eh die Blöcke damit man ein bisschen schwieriger hat nicht runter zu fallen so das reicht mir noch schwieriger oder was ja gespielt alter warte ah rot ist bei uns auch ey die rushen direkt die Hose aaaaaaah scheinbar auf dem ich kaffe gerade warte mal lass mal gucken ich bin jetzt weg ich versteck mich ich bin keine Aufnahme noch eine nein ich bin nur 15 natürlich wir werden gerusht und alle die Sternen durch das rote Team was machst du du fällst runter ja bis zu hause sehen ich bin runter ich freue mich und der schieb mich schon ab so gibst du es auf dem Server keine Ahnung jetzt spielen wir es lieb bis gleich ja gib mir jetzt die Runde wir sind in einer Runde wollte ich nochmal so anmerken ja die nehmen auch schon auf ja wir haben das alles auf Video Aiden Challenge ja ja sehr wichtig ja was soll dich mit Schiebocken du hast nichts oh du hast gesagt nur spinnen NEIN Telephone also wer braucht ein Ziffernblock Telefon und dann Ziffernblock loszutreffen also Telefon heißt die App und dann Ziffernblock warte mal wo ist es nie warte mal wo ist es nie das heißt Schrift nein ja du hast doch gefragt wo ich hab gefragt wo ist es nie ok meine Maus Taste 5 ist gelegt nein fuck fertig oder wir dürfen von allem nur das Schlechteste nehmen was aber das ist unnötig ok ich nehme eine Spitzhacke dabei jetzt macht er überhaupt keinen Unterschied naja außer ok keine Rüstung ich darf nur Glöcke mitnehmen nur Rüstung und Spitzhacke Rüstung dürfen wir doch NEIN ich hab vergessen dass ich äh falsch bin dass ich mein Ziffern zugestellt hab du läufst da na du Arsch alter das ist doch so dumm was wir hier machen ja ne ernsthaft ich hab bei ich hab ein Stack Blöcke ich kann mir hier nen Weg bauen NEIN ich hab du bist so schlau heel eh ich krieg mich trotzdem gemeint mit dem humpen fall von her her wed重 passport eh der war der war legendär leAcDCE ich bin vorhanden die kürzelt Prozent okay er hat gesagt wer darf sich Rüstung kaufen und das ist ja schon an die Garten aber Schwerter und die Schwörter die Schwörter sind verboten jetzt nicht kaufen wir dürfen uns nur als Waffen jedenfalls um zu Kevin um zu Kevin um zu kämpfen genau ja was jemand zurück auch eine gute hat die mädchen hatte so durften und so die schlechteste holen nein du darfst ordentlich spitz ab ja ich krieg das nicht hin ich habe jetzt was nicht an ihr ich habe eine spitzhacke ich habe die beste spitznückel ich habe die beste spitznückel Ich bin der Rasierer von Gillette. Gillette auf die vielleicht? Er hat Gillette auf die, okay, es ist offiziell, ja. Alter, ich bade jetzt mal. Wir dürfen uns von allen nur der Schleppsten... Ja, jetzt, du änderst die ganze Zeit die Läge, ich würde schon die beste Schwitzer kommen. Nein, die beste von der Rüstung her, mein ich. Oh, ja. Ach so, ja. Damit es halt nicht zufrieden ist. Darf man sich noch wenigstig schrauben, ne? Doch, das, oder? Darf man? Genau. Ja, ich hab mir ja so einen gekauft, ja. Ich hab jetzt nen Stack Essen. Nein! Ich bin halt richtig. Ohne Goldabfühle. Oh, guck mal, Gelb, schießt auf uns. Ey, wir dürfen nur nutzloses Zeug kaufen. Ja, okay, nur nutzloses Zeug. Ähm, was ist denn, wo ist denn der... Hier die Barriere? Alter, du aß! Ich hab mir ne Barriere gekauft. Oh, fuck. Hallo. Wait, please, bleib stehen! Bleib stehen! Komm, bauen wir uns rüber! Da ist ein Typ, da ist ein Typ hin! Mit nem Bogen! Wait, please, komm rüber! Nein! Wow! Komm, hallo, Mutti! Was? Sag guten Tag an deine Mutter! Hab ich schon! Sag mal hallo! Komm komisch rüber! Nein, nein! Ich wollt nicht komisch! Komm, hallo Mutti! Ja, tot! Ich will nicht mal... Sag ich doch! Warum soll ich dir nochmal hallo sein? Oh! Ich hab's sogar dreimal hallo gesagt! Mich hat ein Bogen getroffen! Nein! Ich wollt ganz mal hier! Vor allem, mich hat wirklich der Bogen getroffen! Das wär doch mal richtig schlimm! So, einer schmeißt so einen Bogen nach dir und du bist tot! Ja, das stimmt! Ey, um zu haben, die war Pony! Nein! Trotzdem, was soll ich jetzt mit dieser Aufnahme machen, ey? Kannst du meinen Auslust dann nehmen? Ja, den lass ich drin, aber ich glaub, wo der Mutti da reinkommt, das lass ich mal lieber draußen! Nein! Ist egal! Ey, okay! Konnte man sowieso nicht? Doch! Konnte man übel gut hören! Ich hab nen Bogen jetzt geht nochmal weg, also! Du darfst doch auch so keinen Bogen haben! Ich hab den runtergehauen! Oh, scheiße, da ist ja noch einer! Oh, ich hab mir nen Schwert gekauft! Nein! Los, alles, alles! Ich hab ihn gekillt! Ich muss jetzt das Schwert wechseln, weil ich nen Schwert gekauft hab! Ey, ich hab's nicht! Ich seh' dann nur so'n Schwert, das irgendwie runtergehen! Okay, wir machen jetzt Challenge einfach irgendein Challenge jetzt stellen! Nur Knockback-Schwerter holen! Knockback-Schwerter? Du weißt, n' Knüppel! Knüppel? Nein, das ist n' Sticks! Ne, ist n' Knüppel! Hier ist someone! Und ich hab einen gekillt! Komm! Oh mein Gott, du bist so imbar! Im Marken! Was? Ich hab ne Nachricht ins Geld gekriegt! Da kommt einer! Oh, Elena! Wie wichtiger! Hey, ich schau' den weg! Alter, was ist denn jetzt? Tötet sie! Ey, der hat mich getötet! Conny! Ich bin tot! Oh! Ich hab mir Mikro umgeschmissen! Ich hab kein Wunder mehr! Ich will jetzt nicht auf den Minecraft-Score! Na dann! Also, weißt du was? Ich beende jetzt die Aufnahme! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen! Wenn ihr es fantastische Videos habt ihr von mir gesehen habt, dann könnt ihr auch gleich noch ein Abo und ein Like lassen! Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder! Ciao! Ciao!